Keine Antwort ist, denk ich, nur immer lang. Forti, links, außen kommt zwei Leute. Hä, was, wo, wo? Hab nicht gesehen, wie die rauskamen. Oh mein Gott, ist der sauer, der Typ, der hat grad richtig hart aus dem... Alter, was ist das für ein Typ, Junge? Stirbt er nicht, wenn man die zweimal mit der Shotgun in die Fresse schießt? Ach, er kommt wieder von mir. Was ist denn das, meine Waffe wechseln? Ich hab meinen Waffen wechsel gemacht, auf einmal leckt mit dem Spiel. Und dann bin ich tot. Da, da, da. Was, Zölle? Hab mich selber mit hoch, hier. Direkter Treffer. Ich hab den aus dem Fenster raus. Oh, shit. Na klar. Bei Bravo Osana, fast eingenommen gewesen. Sascha, mach den. Sascha. Ja? Ne, mach ich's nicht. Weil irgendwie mal irgendwas durchgejagt hat und ich mich dann erschreckt habe. Ja, sorry, das mauch ich. Er hat den ersten Raketenwerfer versemmelt und er hat alles geraucht. Babi ist wieder einer. Nino, ich hab ihn hier schon mal angeschossen. Ja, danke. Wunderbar. Ich kann da mit Mundgranate einschlagen, wenn ich hier ein Trophysystem habe. Einsattschilde, Alter. Nicht sterb, weil ein Einsattschild... Boah, der eine Typ ist so sauer. Und er kommt schon mit schießen um die Tür. Der hat's gehalten. Das ist ja das auch. Was hat denn dich grad weggemacht? Warum? Ja, ich hab dich ja auch angeschossen. Ja, ich hab dich ja auch angeschossen. Er hockt im Eck, hinter der Palme. Er hockt mit dem Rücken, ne, er hockt mit dem Gesicht zur Wand, hat hinten einsatzschild drauf und so. Da musst du dir scheiß überlegen. So, Drohne geht. Ab. Ey, ne, nicht dein Ernst. Oh Mann. Es hat jetzt echt das Ding. Ich dachte, ein Trophys ist das Ding. Ach. Ja, aber nur eine. Nur eins hatten, ey. Nein. Die sind so sauer, weil ich die die ganze Raketenwerfer kill. Einer liegt bei B, bitte. Hab ihn. Alter, fahr doch mal um. Einer hinten. Der liegt da mit rein. Enges Ding. Wie kann ich sowas verlieren? Die sind so sauer. Die sind so sauer. Die sind so sauer. Die sind so sauer. Also der Typ dieser, dieser Russe, der hat gar keine Reaktionszeit. Ich schieß ihn einmal an, der hat, macht ne 90 Grad Drehungen, gibt mir einfach. Ja. Ja. Turn on. 360. 360. Ich geb den jetzt mal ein bisschen auf den Sack. Einmal Teamwave bitte. Nice. So, die wollen sich jetzt verstecken. Boah, Alter. Wie schnell haben die mich runter? Boah. Wie schnell haben die mich runter? Boah. Debbie, romantic Ja. Oh. WieЭ. Das was los ging. Wie bist du völlig verblöden? Echt mal. also alpha kann man einfach einnehmen da ist niemand doch sind zwei naja irgendwo müssen die ja sein und die seh gar keine ich laufe hier wirklich verbieter einfach blind mann ist nein kein truppe anna joe geht ja hier hart ab was spielst du gerade okay die geht auch wirklich jetzt bin ich gerade auf sechzehner street gestorben naja ok Der Lord, der Lord ist so pisst. Hast du den? Ich bin gespawned und direkt der Lord. Wir kontrollieren Alpha. Nein, er hockt im Zimmer. Ich hab nicht gesehen, dass du sagst. Oh, verhältlich. Bei Charlie sagen wir ja. Komm, er haut wieder, dieser Russe haut wieder sein Ding auf B. Das ist so ne Nervensäge der Typ. Habt ihr gerade beide versucht? Die Claymore wegzuschießen. Der Botan, der geht mir so auf den Sack. Wo ist denn der? Der ist an der Facebook, bei euch. Ja, der hat nicht. Nein. Jungs, wer ist denn da? Nino, was war das jetzt? Was denn? Ich hab nix gesehen. Ich bin gegast. Ach so. Oh, ich dachte schon, er bist du blind. Ja, hier ist doch Gas. Ja, hier ist doch Gas. Da siehst du das. Ne, ich hab mir noch nix. Wie war ich so evitiert? Wie war ich so evitiert? Was treibst du jetzt? Oh. Boah, mein Trophy steht. Eine Sekunde ist sofort wieder weg, weil es komplett zusammengeballert wird. Oh. Oh, die Sache. Jetzt steht er da hinten. Jetzt hat dieser Botan gebt mir echt tierische Vorzeige. Nix. Hm. Der Russe geht mir auf den Zeiger. Ach, noch einer. Mann. Wo ist denn dieser Botan? Der ist immer hinter mir. Wer ist denn heute? Kann er nicht? Stopp! 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 Okay, er überlebt. Zwei Raketen erfert dieser Russe. Verbündete Drohne online. Da hab ich ihn direkt mal eingedrückt. Ohhohoho. Shit. ja ja dann habe ich ja ja ich habe zwei oder drei hat sie will die runde hier vielleicht mal zum optiker gehen ja das ist halt ne taktisches warten